Hey! So, weil jetzt Weihnachten ist und irgendwie Adventszeit, wollte ich ein paar Weihnachtsbilder mit meiner Katze machen. Ja, meine Vögel schreien hier auch. Auf jeden Fall ist das immer so eine schwierige Sache, Katzefotos zu machen, weil sie ist nicht gerade die zahmste. Also sie vertraut am meisten mir und meiner Mutter, aber sonst hasst die Menschen über alles. Auf jeden Fall könnt ihr euch angucken, was da rausgekommen ist in diesem Video. Und die fertigen Fotos seht ihr auf meinem Instagram-Account, der ist auch hier im Video verlinkt. Wir haben diese Lichterketten benutzt. War auf jeden Fall ganz schön lustig, aber sie war ziemlich brav. Ja, und inzwischen ist sie genervt, deswegen lasse ich sie jetzt saubesser los. Das war ganz schön. Das war ganz schön. Das war ganz schön. Das war ganz schön. Das ist nicht jab timeframe. Das machen Keuer. Und funktiviert invitern vous zu? Das war ganz schön. Das war ganz schön. Das war ganz schön. Das war ganz schön. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Jetzt habt ihr mal gesehen, wie bei mir zu Hause auch Fotos entstehen, außerhalb von Shootings zum Beispiel. Das ist zu Hause natürlich immer viel aufwendiger, man muss sich alles überlegen und durchdenken. Das ist natürlich auch nicht so einfach, wenn kein Fotograf dabei ist. Aber meine Mama macht die Sache auch ganz gut. Die ganzen Fotos, die nicht von Shootings sind, die sind alle von meiner Mama. Und wenn euch das Video gefallen hat und auch die Fotos, dann lasst ein Like da, abonniert mich und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und ich wünsche euch eine schöne Adventszeit. Leute. instantly. Und da. Solya. Und da. atie. Untertitelung des ZDF, 2020